yo leute was geht ab mein name ist alex von noobtown gaming und bevor ihr irgendwann wieder wegschaltet ich bitte euch wirklich dieses kleine video wohl nichts leider nichts laufen wird dann vielleicht nur ein bild oder so weil es einfach um die aussage geht bitte bis zum ende zu schauen oder bis da zu dem punkt an dem die wichtigen sachen vorbei sind ja also ich habe nämlich heute etwas sehr sehr wichtiges mitzuteilen was mir persönlich sehr wichtig ist und zwar ging es erstmal los damit dass ich gescampt wurde csgo items und wer jetzt sagt ja ist ja jeder selber schuld ja weiß ich und gehen wir nicht auf den sack ja das hätte man diese dieser situation nicht wirklich klar erkennen können vielleicht im nachhinein denkt man sich natürlich ja hätte man machen können also hätte wenn jeder erkennen können aber in dieser situation leider nicht also jetzt zu der story es fing an damit dass mich jemand angeschrieben hat also zuerst mal ist es eine methode gewesen die ich vorher nicht kannte also ist es war irgendwas ganz neues für mich und deswegen bin ich auch leider darauf reingefallen so zunächst mal hat mich wie gesagt jemand angeschrieben der meinte ja er würde gerne traden und was ich denn für mein knife haben wollen würde und so und und ob ich das upgraden würde oder eins zu eins mal anderes ausprobieren wollen würde und so weiter und ich habe ihn halt gefragt wo er mich kennt und so und was er so macht und so halt die sachen die man fragt ne so und dann habe ich gesagt sagte ja er hat früher vorher gegambelt und will jetzt nur noch handeln so ein bisschen aus spaß soll es ja auch geben ich gedacht alles klar ne so und hab dann halt war auch nicht so ich hab dann halt gefragt was er mir dafür geben wird und so und normalerweise wenn das so und solche leute wenn du da solche leute hast dann sagen die ja dann sagst du zum beispiel ich will ein karabit doppler haben sagte ja alles klar da weiß ich schon direkt alles klar du im bock ja so auf jeden fall hat mich derjenige dann angeschrieben den ich eigentlich namentlich nicht nennen will ich werde diesen steam obwohl nennen wir ihn hurensohn das ist ein guter name nennen wir ihn hurensohn also hurensohn hat mich angeschrieben nein verfickter hurensohn hat mich angeschrieben und wollte halt mal knife trainen so blablabla und er kam halt sehr vertrauenswürdig rüber klar kommen die alle aber das er hat halt nicht die methoden drauf die man so kennt klar normalerweise kommen die dann mit ja lassen das mal hier mit so einem steam developer oder wealth developer machen der 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 überprüft dann die items ob die verbuggt sind kann ich euch sagen leute das gibt es nicht es gibt keine verbuggten items in csgo aber haltet das mal im hinterkopf ist wichtig für die story also mit den verbuggten items das gibt es nicht das ist so die normale masche so und er kam dann halt dann haben wir halt so ein kleines so ein deal ausgehandelt was ich dann dafür bekommen sollte für mein messer und so und was er dafür haben wollen würde und dann sollte ich auf op skins gehen die seite wollte ich eigentlich auch nicht nennen aber es soll ja auch keine anleitung sein das ist wirklich für diejenigen um die leute davor zu schützen zu warnen halt klar ich weiß nicht viele leute das angucken hier aber ich habe meinen teil dafür getan so auf jeden fall sollte ich dann auf diese besagte seite gehen und damit er wollte wissen ob er das ob das auf diesem markt funktioniert dieses item im hinterkopf verbuggte items ist natürlich erst 300 selbe ist mir danach auch aufgefallen so aber ich dann das eingestellt für 1500 dollar damit auch keiner kaufen kann ähm und dann kriegst du ja von diesen seiten legit so eine anfrage von so einem bot wo du das hinschickst und die verkaufen das dann und du kriegst die kohle normalerweise er hatte aber einen kollegen dabei der sich dann als bot ausgegeben hat mir die anfrage geschickt hat ich natürlich angenommen habe zack messer weg so schnell ging das wenn wir die man bei die bomb war das messer weg also ist jetzt hier alles die kurzfassung so vorerst aufgefallen ist mir dieser ganze trick als er auf einmal mega hektisch wurde im chat da wurde ich schon alles klar messer ist weg so mehr oder weniger ich wollte es natürlich nicht wahrhaben messer ist weg und dann sagte er ja dann auch noch mal deine m4 auf den markt und dann kann ich noch mal gucken ob die funktioniert vielleicht können wir die einbinden habe ich das nicht will ich nicht reden in der sekunde bekam ich aber eine anfrage von diesem bot welcher der kollege von verfickten hurensohn war verfickter hurensohn nummer zwei sozusagen ich bekam diese anfrage und dachte du hast das doch gar nicht in den markt gestellt und da ist es mir wie schuppen von den augen gefallen so und er hat natürlich immer noch weiter im schreiben ja man hat eine m4 und ich so ja wo ist mein messer sagte ja kannst du gleich wieder haben also kannst du gleich wieder davon den markt holen sage ich erklär mir wie das geht ja aber erst wenn du dir empfiehlt gemacht hast nein erklär mir das geht und ich natürlich alles klar messer ist weg so messer war weg und ich bin halt darauf eingefallen was natürlich im ersten moment mega ärgerlich ist im zweiten moment natürlich auch dummheit von mir aber das ist nicht alles ja diese ganze geschichte ich hoffe ich habe das jetzt treffend erklärt also ich möchte euch damit sagen wenn euch einer sagt ich schicke das schickt das mal dem und dem und der guckt ob das legit ist das item gibt es nicht dasselbe ist das mit den märkten dass dadurch dass diese items nicht verbuggt sein können müssen die auf diesem markt funktionieren also alles was nicht die markt ist weil sonst würde dieses ganze system ja nicht funktionieren weil du ja jedes kinder einstellen kannst so also wenn euch wenn euch dann einer sagt ja tu das mal da rein stellen oder stell das mal da rein weil jeder kann euch ja ein steam dinge schicken ja jeder anfrage handelsanfrage glaube ich meine ich zumindest zu wissen so auf jeden fall wird das nicht so schwer sein das rauszukriegen also deine steam trade url und so vor allem wenn du mit demjenigen befreundet bist so auf jeden fall ging es dann geht es darum dass wenn ihr wenn einer sagt stell das mal in den markt damit ich mir das angucken kann tut es bitte nicht wenn man wenn ihr tradet dann bitte nur one on one also mit diesemjenigen der euch dann eine anfrage über steam schickt die ihr dann annehmt weil es gibt keine verpackten items die funktionieren auf jedem shop und das ist halt alles betrug leider gottes also ich habe diesenjenigen dann auch gemeldet überall auf aller jeder plattform dem auf der ich mit ihm interagiert habe oder auch nicht also diese verkaufsseite halt habe ich den auch gemeldet da wird aber nichts kommen leider so und da muss ich die sache irgendwie mal selbst in die hand nehmen das ist halt ach das ärgert mich jetzt noch weil es ist halt so das sind so kleine huren böcke ja die wenn sie mir gegenüberstehen würden nämlich nicht mal in mir nicht mal die augen schauen könnten ja ohne dass ich irgendwas sage so und das ist der punkt was mich so abfuckt die sitzen in ihrem kleinen kämmerchen ja und denken sich jetzt habe ich einem hier so ein 60 euro messer abgezogen jetzt kann ich den steam account wegschmeißen geil aber das problem ist der steam account kostet ja nichts so naja auf jeden fall und alle fälle handelt bitte nur one on one keine mittelsmänner keine seiten was ja eigentlich genau dasselbe wie mittelsmann ist einfach nur one on one dass er euch am besten er euch die trailer infrage stellt wenn überhaupt und fragt halt am vor am besten horrenden gegenwert für euren skin wenn er ja sagt ja sagt er direkt alles klar ciao und sonst soll er euch halt eine anfrage schicken stick macht es nicht wenn er sagt gehen auf die seite und stell das mal rein macht es einfach nicht macht es nicht das ist betrug das ist scam das ist einfach nur blödheit von mir gewesen weil ich mich auch nicht genug damit auskenne leider also ich werde handeln wahrscheinlich gar nicht mehr und wenn dann nur noch mit steam wenn dann werde ich mir irgendwas auf dem steam markt kaufen und dann ist gut aber jetzt kommt es zu noch einer wichtigen aussage dieser steam markt schön und gut aber walf hat in kooperation mit steam ein monster erschaffen was sie nicht mehr aufhalten können ja punkt eins ist die skins an sich wenn es keine skins gäbe würde sich auch niemand dafür interessieren die wären nicht so unfassbar viel wert und sowas würde nicht passieren ja aber punkt zwei dass diese ganzen dieser steam markt dass man darauf treten seine sachen verkaufen kann ist ja alles schön und gut ja aber die tatsache dass es diese seiten gibt die aufgrund dessen entstehen dass es diese skins gibt die unfassbar viel wert sind und dadurch wird halt naja gibt es halt sachen die dass die die developer oder die die admins oder was auch immer nicht mehr beeinflussen können oder oder sehr schwer beeinflussen können diese ganzen bots zum beispiel da weiß ja niemand wer wirklich dahinter steckt ja du kannst ja auch einfach ein profil machen und das ich fick dich kaputt bot 575 nennen ja und dann hast gibt es eine internetseite die heißt ich fick dich kaputt punkt skins punkt csgo heißt punkt com oder was auch immer ja und dann kann keiner demnachweisen dass das wirklich dieser bot ist dass das wirklich diese seite ist du kannst den kompletten text kopieren weil es diese bots ja wirklich gibt so wie er so wie der kollege von verfickter huren so das gemacht hat und das ist halt ein monster was man nicht mehr aufhalten kann das wird ihnen wahrscheinlich auch scheiß egal sein ob ihre user da verarscht werden von anderen die sich dann ja die sich kriminellen sachen betätigen im internet durch diese internet anonymität ja und das ist halt einfach das kannst du halt nicht mehr konnten so nicht mehr kontrollieren wird es halt einfach scheiß egal sein solange die kohle weiter schön in die taschen fließt ja 2 euro 40 für den schlüssel keine ahnung fünf prozent steam fein wenn man da handelt geht ja immer noch was runter wenn irgendwo was kauft oder anbietet oder so wenn ein messer für 400 euro zack 50 euro in die tasche ja und das jeden tag over and over again und das kannst du halt nicht aufhalten dass das ist halt da haben sie selber ins bein geschossen dadurch dass sie diese ganzen bots erlaubt haben und diese ganzen seiten dulden Weil normalerweise ist es ja so dass diese seiten die erlaubnis haben müssen glaube ich zumindest zu wissen ähm oder logisch wäre für mich logisch ähm dass dass sie die erlaubnis haben mit den sachen zu handeln die steam generiert also die wif generiert aber es kann natürlich auch sein dass es eine grauzone ist weil sonst wird es so viel wahrscheinlich nicht geben da bin ich leider nicht informiert das ist jetzt auch ganz spontan aufgenommen hier weil ich mir einfach mal im ärger mal luft machen wollte und die die das mal kundtun wollte und euch davon ein bisschen warnen wollte ich werde auch die die steam adresse wo ich safe weiß dass es ein scammer ist werde ich unten in die video beschreibung tun Genauso wie die seite cs go rap glaube ich heißt sie die ich vorher auch nicht kannte weil ich auch weil ich bin mensch der geht nicht von so viel böser energie aus ja ist natürlich dumm aber ich glaube eigentlich immer das gute menschen ähm weil ich nicht jeden verurteilen kann und ich für jeden verurteilen möchte was jetzt passiert kann ich euch so sagen wenn jetzt einer handeln will sag ich halt dein maul verpiss dich schick mir eine anfrage lass mich in ruhe auf jeden fall auf dieser cs go rap seite da kann man halt gucken ob diese cs go profil adresse ob das schon was negativ aufgefallen ist oder so das ist halt von von game und für gamer quasi wo halt gegenseitig gewarnt wird ich weiß bestimmt kennen auch einige die seite ich kannte sie nicht jetzt kenne ich sie und jetzt werde ich sie auch nutzen den link packen auch mal unten rein ich glaube das video sitzt bei zwölf minuten oder so ist mir jetzt aber auch egal weil ich muss das noch loswerden fakt ist nicht über mittelsmann oder über irgendeine seite wie wie es gerade eben wie es mir passiert ist wie ich gerade eben erzählt habe es ist alles bullshit wenn dann handelt bitte nur one on one und wenn dann ja und wenn wenn jetzt hier jemand das als anleitung zum scam nutzt dann bist du genau so ein kleiner hurenbock und das ist natürlich nicht so als anleitung gemeint sondern wirklich als warnung und wenn das jetzt jemals als anleitung benutzt dann soll ich einfach bitte hängen ja können wir ja bitte die rechnung für das den strick schicken überweise ich dann und ja ich hoffe ich habe jetzt hier nichts vergessen ich werde gleich irgendein bild dazu schnibbeln oder so das ist aber auch erstmal nicht wichtig das wichtigste ist dass die aussage die ich hier getätigt habe entsprechend wert hat wert gelegt darauf wert gelegt wird und ja ich hoffe euch hat eigentlich das hat euch nicht gefallen aber ich hoffe ihr konntet wenigstens damit was anfangen dass hier ein bisschen aufklärung betrieben wurde auf diesem kleinen kanal vielleicht geht das video ja ein bisschen viral wenigstens und man kann paar läuse damit in schutz nehmen oder warnen oder was auch immer ähm ja also wenn es euch geholfen hat lasst mir gerne ein like da die kommentare gerne auch einen netten kommentar wenn ihr bock habt irgendwie eure erfahrungen vielleicht mal zu schildern vielleicht auch eine andere andere scam taktik sag ich jetzt mal als die beiden die ich genannt habe ähm vielleicht ja schreibt es einfach in die kommentare und kommentare wie äh du bist voll das opfer bist du da selber schuld du trottel könnt ihr sparen ja weil das ist ja einfach dummes verhalten deshalb da habe ich keinen bock drauf und ähm ja ich bin selber schuld aber in dieser situation hättest dujenige der das jetzt gerade eben geschrieben hat oder der sowas geschrieben hat das auch nicht gerafft mit deinem erbsen hören ja so und ähm also no offense aber sowas geht mir halt hart auf den sack also ich bedanke mich lasst mir gerne ein like darauf was ich euch geholfen habe schreibt mir gerne irgendwas in die kommentare was ihr noch so erlebt habt was scam und sowas anbetrifft ähm ich bin das mal raus bis dahin haut rein Leute ciao tschau tschau tschau